Halli, Hallo, Hallöle, hier ist mal wieder eure Cameo Maus, der Andreas und heute beschäftigen wir uns ein letztes Mal mit dem Textstilmenü, dabei speziell mit Glyphen und der Rechtschreibung. Und ich muss noch zwei Sachen nachliefern. Okay, fangen wir an wie immer. Ich arbeite mit einem MacBook mit dem neuesten Betriebssystem und mit dem Silhouette Studio in der Version 4.4.552ss.be und wie immer an dieser Stelle SS für Silhouette Studio, BE für Business Edition und euch empfehle ich auch wie immer an dieser Stelle die Designer Edition, weil ihr dann nämlich auch so einen schicken Untermenüpunkt kriegt bei Schriften. Das ist jetzt zum Beispiel hilfreich. Okay, dann lasst uns mal anfangen. Ich habe so ein, zwei Sachen vorbereitet. Ich habe gesagt, es gibt ein, zwei Sachen nachzutragen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich beim letzten Mal hier so die Schriften nur durchgescrollt bin und es auch elegantere Methoden gibt es zu tun. Okay, warum mache ich das mit dem Durchscrollen? Weil wenn ich etwas designe und mir Schriften aussuche, dann orientiere ich mich hier ran und ich bin mehr so der intuitive Typ. Ich benutze selten die gleichen Schriften oder wenn, dann ist es zufällig, weil ich durchscrolle und mir denke, ach, die Schrift, die passt jetzt zu dem, was ich machen will. Aber es gibt ja auch Menschen, die anders arbeiten als ich, die es gerne ganz klar und deutlich haben und für die gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Wenn ich hier oben reingehe, doppelklicke in den Schriften und ich gebe jetzt zum Beispiel das A ein, dann springt er sofort hier oben hin und sucht den nächsten. Jetzt gebe ich zum Beispiel B ein. Dann geht er als erstes zu dem ersten, der A, B hat. So kann man sich so ein bisschen durch die ganzen Sachen durchwühlen, bis man die richtigen Schriften gefunden hat. Ich möchte jetzt zum Beispiel zu dieser Schrift, ach, verdammt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber mit M fing sie an. M drücken und jetzt, weil ich weiß, wie sie aussieht, weiß ich, genau das ist die Schrift. Nein, das ist sie nämlich nicht. Machen wir schnell wieder zurück und gucken mal. M, habe ich gesagt, wo ist meine Schrift hin? Da! Verdammt! Ich hätte noch weitermachen sollen, bis ich zum Magetta-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript-Skript. Man kann aber auch geplant und strukturiert, wie die meisten Menschen es sind, im Gegensatz zu mir, hier oben dann entsprechend den Namen eingeben oder den ersten Buchstaben, in dem man suchen möchte, wenn man sich daran erinnern kann. Das zu dem Thema. Dann haben wir noch was anderes, was ich auch noch nicht erwähnt habe. Eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe mir jetzt diesen Sonnenschein hier, Sonnenschirm hier, Sonnenschein, Sonnenschirm, egal, hier hingeschrieben und finde den wunderschön. Den lasse ich jetzt schneiden, entgitter den und ärgere mich schwarz, weil die Schrift kaputt ist. Warum ärgere ich mich schwarz? Was ist denn daran so falsch? Ja, sieht doch gut aus, oder? Wenn man jetzt so auf den ersten Blick guckt, sieht cool aus. Die Erfahrenen kennen schon, haben den Fehler auch mal gemacht. Ich natürlich nie, würde ich nie tun. Okay, ich habe es auch schon gemacht. Ich nehme jetzt mal einfach hier die Füllung raus und wir gucken uns das Ganze mal jetzt genauer an. Wir scrollen mal rein und ich gehe hier in die Ecke, weil es hier am häufigsten vorkommt. Da, da ist der Übeltäter. Seht ihr das? Genauso wie ihr das hier seht, schneidet eure Cameo das bei solchen Schriften. Das passiert hauptsächlich oder meistens bei so wunderschönen Schriften, die so im Handschriftenstil sind, so geschrieben. Da geht der eine Buchstabe in den anderen über. Das sieht man hier ganz gut. Das würde bedeuten, immer die Cameo schneidet hier so eine Ecke noch raus und hier noch eine Ecke. Das ist beim Entgittern, Ätzen und sieht auch nicht so schön aus, wie es sein könnte. Wenn ihr also euer Motiv fertig habt und ihr wisst ganz genau, so soll es bleiben, dann könnt ihr jetzt den Schritt hingehen und hier oben auf gewählte Formen zu einer Form verschweißen klicken. In dem Moment, seht ihr, verschwinden hier die Linien. Das heißt, das wird jetzt genau so geschnitten, wie es da ist, so wie ihr es eigentlich auch haben wolltet. Wichtig dabei ist, ihr seht, es sind jetzt lauter Einzelformen. Es gibt verschiedene Wege, ihr könnt das gruppieren, ihr könnt aber auch hingehen und sagen, verknüpften Pfad erstellen, dann wird das eins. Und wenn ihr das jetzt füllt, wird auch alles komplett gefüllt und ich kann es verschieben. Es bleibt zusammen. Okay? Wir merken uns also, Handschriften, die so wunderschön aussehen wie diese, die so geschwungen sind, da gehen die Buchstaben häufig ineinander. Und bevor ich die verwende, muss ich die Formen miteinander verschweißen. Wichtig dabei ist, nach dem Verschweißen könnt ihr hier keine Textänderung mehr machen. Okay? Alles klar. Das waren die beiden Sachen, die ich nachreichen wollte. Gut, der Sonnenschirm kann verschwinden, den brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt hier noch den Regenschirm und ich gehe mal in mein Schriftenmenü, damit ich auch alles habe. Und da gehe ich mal in die Glyphen. Glyphen, was sind Glyphen? Ja, Glyphen sind Zusatzzeichen. Nennen wir sie einfach mal Zusatzzeichen. Die seht ihr hier. Filt da sehr gut aufgeschlüsselt. Und ich kann diese Schrift jetzt ergänzen. Ich gucke jetzt hier rein. Das ist jetzt das Schöne, eben ab der Designer Edition. Ich kann jetzt hier reingucken und scrolle mich mal so durch. Ich fand hier unten waren ein paar schicke Sachen. Das dauert ein bisschen, bis wir da unten sind. Und jetzt sage ich zum Beispiel, also ich finde es schlecht zu erkennen, kann ja auch an mir liegen. Aber die Vergrößerung bringt es. Ich suche mir mal, ich möchte gerne ein anderes M haben. Das M finde ich nicht schön. Ich markiere das M und jetzt suche ich mir hier das M raus, das ich gerne hätte. Ich habe es mir vorhin schon rausgesucht. Ich gehe jetzt den kürzeren Weg. Und ich habe hier ein neues M. Genau das gleiche kann ich auch mit dem Hör hier machen. Ich gucke mal. Ich meine das. Nein, das war es nicht. Wo ist denn das Schöne Hör? Da ist das Schöne Hör. Ihr seht also, bei den Glyphen kriegt man auch andere Buchstaben, die solche geschwungenen Linien haben. Die kann ich dann da dran setzen und benutzen. Sieht halt manchmal einfach ein bisschen schicker aus. Wenn man sich das so anguckt. Ich kann jetzt mal einfach ein paar andere Buchstaben. Ein Y. Dann sieht das so aus. Also da kann man ganz viele schicke Sachen mitmachen. Das sind also sozusagen Sonderzeichen, die sich derjenige nochmal ausgedacht hat, um das Ganze nochmal ein bisschen schöner zu machen. Also der, der die Schriften erfunden hat. So muss man das sagen. Gut. Das war das zu den Glyphen. Auch hier könnt ihr vorgehen. Einmal seht ihr hier unten kürzlich benutzte Glyphen. Ihr könnt die größer und kleiner machen, damit ihr es besser seht. Für alte Menschen wie mich ist es eigentlich normalerweise so gut. Hättet ihr eigentlich auch vorher machen können, dann könnt ihr auch besser gucken. Da seht ihr dann alles, was ihr wollt. Und könnt es einsetzen. So, das ist jetzt für die Leute, die tatsächlich ab der Designer Edition diese Möglichkeiten nutzen können. Wie sieht es aus mit den anderen, die die Basic-Version benutzen? Können die das auch machen? Ja, das könnt ihr jetzt hier. Ich mache es mit einem Macbook, aber das geht natürlich auch auf einem Windows-Rechner. Ich gehe jetzt hier in den entsprechenden Ordner. Bei mir heißt der Schrift-Sammlung. Und wenn ich dann auf Magetta-Script gehe, dann werden mir hier auch die Sachen angezeigt. Ihr seht, dass ich da die ganzen Buchstaben sehe. Und hier kann ich wirklich alles sehen. Und da suche ich mir jetzt so lange einen Wolf, bis ich es gefunden habe. Ich finde es hier sogar noch ein bisschen schicker. So, wo ist denn mein... Ich will aber die Glühfe nach rechts haben. KL, da ist es. Da mache ich jetzt ein CMWC drauf. für kopieren. Nein, da will ich nicht hin. Gehe da rein und sagt CMW für einsetzen. Und ihr seht, ich habe die Glühfe übernommen. Das ist für die Leute in der Basic-Version. Ihr kommt also auch an die Glühfen ran. Das ist nur aufwendiger. Wer die Designer Edition hat, kann die Glühfen hier sehen und einsetzen. Wer die Basic-Version, die Basis-Version, also hat... Magetta Teut ist das wirklich schwer. Der kann dann hier einfach über seinen auf dem Macbook Schriftenordner... Ich meine, bei Windows heißt das Ding einfach nur Schriften. Da dann die Schrift suchen und den entsprechenden Buchstaben per Copy & Paste in das Menü überziehen. Okay. Ich hoffe, das ist nicht so kompliziert. Da gibt es nicht so viele Fragen für. Also auch, wenn ihr so Dinger hier unten drunter findet. Wenn man so... Dann geht das hier noch so durch und macht hier einen Kringel oder so. Da kommt ja immer drauf an, wie die Schriften sind. Das findet ihr alles hier bei den Glühfen. Oder, so wie ich es gesagt habe, über eure Schriftsammlungen bzw. über den Ordner Schriften. Das war es dazu. Jetzt kommen wir noch zur Rechtschreibfunktion. Ja, die ist natürlich riesig. Wir wollen das nicht speichern. Ich brauche das nicht. Gut. Ich habe euch hier mal einen Text hingemacht, damit ihr den besser lesen könnt. Mache ich den jetzt auch mal schön schwarz. Wer denkt, die Tadis ist nur eine Telefonzelle, ihr ist gewaltig. Sie ist eine Zeitmaschine und keine Telefonzelle. Ihr seht, ich bin so mit der Rechtschreibung, habe ich es echt nicht. Nein, also so schlimm ist es bei mir nicht. Aber ich möchte jetzt diesen Text kontrollieren lassen. Das fängt damit an, dass die Rechtschreibprüfung grundsätzlich bei mir so eingestellt ist, dass sie automatisch immer prüft. Ich mache auch nochmal die erweiterten Optionen raus. Also immer automatische Rechtschreibprüfung habe ich eingestellt. Und ich habe eingestellt, in welcher Sprache sie erfolgen soll. So, in diesem Fall habe ich hier unten Deutsch eingestellt. Ihr könnt noch benutzerdefinierte Wörterbücher anlegen. Das zeige ich euch gleich. So habe ich das für mich eingestellt. Das ist für mich wichtig. So. Und jetzt, wie funktioniert das? Also jetzt hier, so kann ich gar nichts machen. Hier könnte man starten. Und der geht in das erste Wort rein. So. TARDIS. Wenn ich jetzt öfter über die TARDIS schreiben würde, würde ich mich erärgern, wenn jedes Mal das blöde Ding da auftaucht. Das ist dann halt der Autist in mir. Und dann kann ich sagen, Wörterbuch hinzufügen. Und die TARDIS ist hinzugefügt. Die ist jetzt im Wörterbuch drin. Jetzt geht es weiter. Ihr seht aber auch, das hat Grenzen. Also ist erkennt die Rechtschreibung gar nicht. Da müsst ihr tatsächlich auch, wenn ihr die blauen Dinger verbessern wollt, müsstet ihr mit dem Rechtsklick auf das Wort gehen. Da seht ihr auch hier passiert nichts. Da muss ich also händisch verbessern. Aber die ist ja nicht die Telefonzelle, sondern die ist nur eine Telefonzelle. Das ist im Deutschen ja. Ein Buchstabe kann da schon schwere Unterschiede machen. Denn die TARDIS soll ja die Telefonzelle nicht essen. So, jetzt machen wir weiter. Ich klicke wieder hier drauf. Er geht immer an der Stelle, wo die erwartet. Weiter. In der Teflonzelle versteht er auch nicht. Da bietet er mir nur die Telefon-Teflon-Teflon-Pfanne an. Schön ist, er erkennt, dass da was falsch ist. Doof ist, dass er jetzt nicht auch noch die Option Telefonzelle mit da reingenommen hat. Das heißt, das Ding muss sich hier wirklich händisch ändern. Und natürlich wird die Telefonzelle auch groß geschrieben. Und jetzt gehen wir weiter. Irrt gewaltig. Er findet auch Worte richtig. Hier wollen wir nur draufklicken. Normalfall. Hallo? Was ist jetzt los? Ach. Okay, Wort ersetzen ist hilfreich. Gewaltig. Sie ist. Ist. Solche Sachen erkennt er nicht. Er erkennt also keine logischen Sachen, sondern nur irgendwelche Rechtschreibfehler. Also muss ich das hier selber weglöschen. Ist eine. Jetzt machen wir weiter. Ui, da war ich zu früh fertig. Zeitmaschine. Da kann ich nochmal hin. Auf Zeitmaschine. Das Wort aussuchen. Deswegen braucht man auch den Button Wort ersetzen. Setzmaschine ging ja auch. Aber es ist eine Zeitmaschine. Wort ersetzen. Und enttäuscht bin ich von der Rechtschreibprüfung, weil die Telefonzelle erbittet. Nicht mal im Ansatz. In irgendeiner Version im Deutschen würde man Telefonzelle so schreiben. Also da müsst ihr dann tatsächlich immer nochmal zum Schluss drüber gucken. Es ist nicht ganz zuverlässig. Gut. Wir gehen nochmal in die erweiterten Optionen. Benutzer definiertes Wörterbuch. Hier könnte ich Ende des Textes erreicht. Neues Wort eingeben. Hier kann ich ein neues Wort eingeben. Hier könnte ich zum Beispiel die TARDIS eingeben. Theoretisch. TARDIS. Und dann steht das in meinem Wörterbuch, das Benutzer definiert ist. Okay. Und ja. Das war es eigentlich zu dem Themenbereich Schriften. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir doch bitte ein Abo da. Einen Daumen nach oben. Und wer sich ganz weit aus dem Fenster lehnt, noch die Glocke an. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Es hat euch geholfen. Bis dahin. Tschüss. Eure Kameo Maus. Der Andreas.